Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Reptile Respirer. Ich bin Susanna und heute gibt es endlich das Vorstellungsvideo zu meinem Kronengecko. Ja, die kleine Dame sitzt jetzt genau hier hinter diesem Rahmen. Das ist leider nicht oft der Fall gewesen in der letzten Zeit, sondern sie saß halt immer genau zwischen den zwei Schiebescheiben von dem Terrarium und naja, ich krieg die Tür halt nicht auf, wenn sie so dazwischen klebt und dann kann ich euch natürlich auch nicht das Terrarium zeigen. Heute macht sie das nicht. Das heißt, ich stelle euch jetzt heute mein Kronengecko vor und erzähle euch auch mal ein bisschen was dazu und ja, zeige euch auf, warum der Kronengecko mittlerweile so zum mitbeliebtesten Gecko in der Terroristik zählt. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ja, los geht's! Auf ins Terrarium und als allererstes zeige ich euch natürlich meine kleine Kronengeckodame. Da ist sie und sie schläft und da sieht man auch schon, sie hat keine Augenlider, sondern schließt einfach ihre Pupille und schläft dann. Da sind wir schon beim ersten Punkt. Die Tiere sind nachtaktiv. Das heißt, tagsüber schlafen sie. Ja, wenn man sich jetzt mal anschaut, wo die Tiere herkommen, dann wird man schnell sehen, okay, die kommen von Neukaledonien. Neukaledonien ist eine Inselgruppe und da findet man sie im südlichen Bereich der Hauptinsel Grande Terre, aber auch auf einer kleineren vorliegenden Insel, Ile-de-Pin, und dort leben die Tiere. Das Habitat ist halt gekennzeichnet dadurch, dass wir relativ hohe Bäume haben, bis zu 15 Metern, und die Tiere findet man tatsächlich so auf einer Höhe von ein bis vier Meter. Jetzt kann man sich vorstellen, okay, ein bis vier Meter ist schon relativ hoch, dann brauchen wir mit Sicherheit auch ein hohes Terrarium. Mein Terrarium zum Beispiel hat die Maße 80 Zentimeter in der Breite, 50 in der Tiefe und 1 Meter in der Höhe. Das ist jetzt auch ein Maß, von dem ich behaupten würde, dass das das Minimum ist, was man dem Tier geben sollte. Denn wenn man sich alleine schon mal die Anatomie so ein bisschen von den Tieren anguckt, da sieht man auch an den Hinterbeinen zwischen, ja, ich sag mal Unterschenkel und Oberschenkel, haben sie so eine Art Hautlappen, den sie während sie springen, und das tun sie ja schon mal öfters, ja, den sie dann wie ein Segel nutzen. Wenn man mal so ein paar Videos durch anguckt, wie Kronengeckos springen in Zeitlupe, dann sieht man, dass sie ihre Beine wirklich auch nutzen, um so ein bisschen die Flugrichtung zu steuern. Das ist für mich tatsächlich auch ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Tiere ein großes Terrarium brauchen. Und deswegen werde ich auch längerfristig was größeres bauen. Also es geht hier drin, ja, aber zwischen es geht und es ist schöner für das Tier, liegt noch mal ein bisschen was dazwischen. Das Tierwohl ist natürlich nicht nur von der Terrariumgröße als solches abhängig, sondern auch von der Einrichtung. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal so ein bisschen, wie ich das Ganze gemacht habe. Also ihr seht hier schon im Zentrum habe ich diese Korktronchos. Die sind jetzt auch nicht so riesig. Die habe ich hier drin im Prinzip, um dann hier kleinere Äste oder auch hier Pflanzen so ein bisschen zu stabilisieren. Ja, in der Natur ist es so, dass man die Tiere wirklich eher so in Baumkronen findet. Also da, wo relativ dünne Äste sind und viele Blätter. Das hat den einfachen Grund, wenn man sich mal anschaut, wer denn da noch so alles lebt auf Neukoledonien, beziehungsweise in deren Verbreitungsgebiet, dann wird man sehen, okay, etwas weiter höher lebt Rakodactylus charua und noch ein Stückchen höher Rakodactylus licianus. Das ist der Neukaledonische Riesengecko, den kennt ihr vielleicht. Und ja, jetzt kann man sich vorstellen, der ist zwar die meiste Zeit auf höheren Ebenen anzutreffen, aber wenn das Tierchen Hunger hat, läuft das auch mal gerne den Baumstamm runter und sucht sich dann den leckeren Kronengeckon. Und die Kronengeckos wissen das scheinbar. Und das ist dann halt der Grund für die zu sagen, nee, ich gehe lieber auf dünnere Äste, denn der dicke, fette Gecko von da oben, der 400 Gramm hat oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ja, der ist dann vielleicht zu fett und fällt dann runter und ich lebe weiter. Und das ist eine Sache, ja, deswegen sitzen diese Tiere dann doch eher auf dünneren Ästen oder auch an Glasscheiben. Einfach aus diesem Urinstinkt heraus. Und deswegen habe ich, wie gesagt, auch nur diese dicke an Korktron-Schuss drin. Da läuft sie tatsächlich auch abends noch dran rum, aber bevorzugt auch hier an diesen dünneren Ästen oder auch, wie man hier sehen kann, an diesen Pflanzen, diesen Stängeln. Das sieht dann total komisch aus, weil sie dann da wirklich, ja, akrobatische Meisterleistungen vollbringt, aber sie kann das. Und das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde. Schaut, dass ihr in euer Terrarium auch ein paar dünnere Äste reinbekommen, damit ihr so ein bisschen auch das Instinktive vom Tier so ein bisschen triggert. Ja, also die sind das gewohnt und das ist dann auch schön, wenn man mal sieht, was die alles machen können. Ja, und ansonsten seht ihr ja schon, ich habe hier einiges an Pflanzen drin. Also ich werde euch die ganzen wissenschaftlichen Namen einblenden. Da mein Video ja primär an Einsteiger gerichtet ist, nenne ich euch jetzt die Trivial-Namen, weil die euch wahrscheinlich eher geläufig sind. Also zum einen habe ich hier zum Beispiel eine Glückskastanie drin. Die hat den Vorteil, dass sie so eine Art Stamm ausbildet. Ja, und da können die Tiere auch nochmal richtig schön dran rumklettern. Und ich finde halt, sie hat auch wirklich sehr schöne Blätter. Ansonsten noch eine Kalatea, Drachenbaum, Efeuthute und noch ein paar Fahnen. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man Pflanzen einbringt, weil, da sind wir schon beim nächsten Thema, die Luftfeuchtigkeit im Terrarium sollte tagsüber so bei 70 bis 80 Prozent liegen. Und wenn man Pflanzen drin hat, dann ist man automatisch bei 70, 75 Prozent Luftfeuchtigkeit und das ist dann optimal. Das klingt jetzt tatsächlich wirklich sehr, sehr feucht und man stellt sich jetzt vor, oh meine Güte, man muss hier drei Millionen mal sprühen, damit man diese Luftfeuchtigkeit erreicht. Nee, das ist wirklich nicht der Fall. Also ich gehe hin, ich sprühe einmal am Abend. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich dann sprühe, weil die Tiere dann auch die Wassertropfen von den Pflanzen nehmen. Man kann auch mit Wasserschalen arbeiten oder zum Beispiel auch mit Bromelien, wo sich das Wasser drin auffängt. Aber ich mache es wie gesagt so, ich sprühe lieber bzw. setze auch demnächst eine Beregnungsanlage hier rein und dann nimmt sich das Tier das von den Scheiben und von den ganzen Gegenständen von alleine auf. Ja, wenn man mal schaut, Neukaledonien hat eigentlich das ganze Jahr über ein sehr, sehr feuchtes Klima. Ja, es gibt zwei Zeiten. Eine, die ist wirklich geprägt quasi von Dauerregen. Ja, da ist es einfach klatschnass. In der Zeit, wo es nicht zu Dauerregen kommt, ist es aber auch so, dass sehr, sehr viel Niederschlag fällt und deswegen haben wir wirklich auch wirklich permanent eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit und abends wird es halt noch mal stärker. Und das ist halt auch der Grund, warum ich nur abends sprühe. Dann kann das bis zum Morgen ein bisschen abtrocknen und durch die ganzen Pflanzen, wie gesagt, hält sich die Luftfeuchtigkeit. Neben der Luftfeuchtigkeit müssen wir natürlich jetzt auch mal ein bisschen über die Temperaturen im Terrarium sprechen. Also man kann ungefähr sagen, tagsüber haben wir dann Temperaturen im Sommer zwischen 25 und 28 Grad im Durchschnitt. Das ist auch was, was man anvisieren sollte im Terrarium. Lokal darf es auch wärmer werden, dass da so 30, 31 Grad ist. Aber Durchschnittstemperatur auf jeden Fall schauen, dass wir dann nicht permanent über 28 Grad sind, weil das ist auch was, was auf Neukaledonien so in der Form nicht vorkommen würde. Und vor allen Dingen muss man sich ja auch klar machen, wenn die da in einem Baum sitzen, wo die Luftfeuchtigkeit hoch ist, da geht die Temperatur auch automatisch durch Verdunstungswärme ein bisschen runter. Das heißt, wenn ihr jetzt im Sommer zum Beispiel das Problem habt, dass ihr auf einmal 30 Grad habt, ja dann müsst ihr wirklich schauen, sprüht am Tage wirklich das Terrarium ordentlich ab, dass das sinkt mit der Temperatur und wenn das immer noch nicht hilft, wirklich ein paar Lampen ausschalten. Und im Worst Case, wenn wir jetzt hier wirklich 40 Grad Wetter haben, dann kann man auch von außen zum Beispiel von oben auf das Terrarium, insofern man da zum Beispiel Fliegengitter hat, einfach einen Kühlakku drauflegen, dass man schaut, dass man jetzt nicht auf einmal einen gerösteten Kronengecko hat. Nachts sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da fällt die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit steigt. Da sind wir dann im Sommer so bei ja um die 20 Grad. Und jetzt kommt ein Punkt, wo ich auch schon oft mit Leuten darüber gesprochen habe. Auch im Winter ist es auf Neukaledonien so, dass die Temperaturen etwas fallen. Wir werden jetzt im Schnitt immer noch relativ hohe Temperaturen haben, tagsüber so um die 20, 21, 22 Grad. Und nachts aber geht es dann so Richtung 18, 17, 18 Grad. Das sind alles gemittelte Temperaturen. Also es kann natürlich auch mal einen Tag vorkommen, wo es ein bisschen krasser ist. Aber so als Anhaltspunkt im Winter reicht es aus, wenn wir nachts 18 Grad haben. Und das wäre auch idealer Wert, wenn man den Tieren so ein bisschen eine Ruhephase gönnen möchte. Sie machen jetzt keine Winterruhe wie zum Beispiel ein Leopardgecko. Aber sie fahren in der Zeit auch ein wenig den Stoffwechsel runter. Und das ist was, was wirklich auch gesund für die Tiere ist. Also macht euch da keine Sorgen, dass auf einmal das Tier erfriert im Winter und ihr müsst dann weiß ich nicht wie viele Heizelemente einbringen. Nein! Schaut euch die Temperaturen an. Nachts 18 Grad, tagsüber ein bisschen mehr als Raumtemperatur ist völlig in Ordnung und spiegelt auch das Klima wieder, wie es halt auch in der Natur ist. Das Schöne an den Neukaledonischen Geckos ist tatsächlich auch, dass sie ja omnivor sind. Also je nach Jahreszeit ist das Nahrungsangebot auf Neukaledonien ein unterschiedliches. Mal gibt es mehr Früchte, mal gibt es mehr Insekten und da haben sich die Tiere auch so ein bisschen angepasst. Und das ist halt auch der Grund, warum man Kronengeckos sehr, sehr gut halt mit speziellen Futterbreien füttern kann. Da sind dann schon Supplemente drin, alles was das Tier braucht. Und ja, das sind halt verschiedene Obstarten, Banane, Feige und da gibt es wirklich so viele Geschmacksrichtungen. Das nehmen die Tiere auch sehr, sehr gerne an. Nichtsdestotrotz sollte man den Tieren, weil es ja in der Natur auch so ist, auch Insekten anbieten. Vor allen Dingen, wenn sie noch sehr klein sind, brauchen sie die Insekten, um wirklich auch kräftig zu wachsen. Und wie gesagt, das heißt, du musst die Futtertiere bestäuben mit einem Supplement. Das fällt bei den Futterbrei weg, weil es da schon automatisch drin enthalten ist. Aber sehr, sehr wichtig, dass man das bei den Futterinsekten dann auch tut. Also gerade Calcium und Vitamin D3 ist ganz, ganz wichtig. Ja und zum Thema Vitamin D3 und Calcium komme ich natürlich auch direkt schon zum Thema der Technik. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier zwei verschiedene Lampen drin. Also einmal hier eine sehr, sehr lange T5-Leuchtstoffröhre. Ich biete meinen Tieren UV an. Das hat einfach den Grund, dass sie in der Natur, wenn sie in Bäumen sitzen, auch UV abbekommen. Je nachdem, wie dicht der Baum ist, ist es mal weniger, mal mehr. Und meiner Auffassung nach und auch der Auffassung von vielen anderen Züchtern, die das damit mal probiert haben, ist, dass es den Tieren wirklich gut tut. Also dadurch wird die natürliche Vitamin D3-Synthese angeregt und das ist halt längerfristig für das Tier dann eine schöne Sache. Darüber hinaus habe ich hier hinten noch eine LED. Die habe ich primär hier drin, damit meine Pflanzen wachsen. Und man sieht auch schon, das Verhältnis von LED zu Leuchtstoffröhre sieht man ungefähr, ja, ist 2 zu 1. Das ist mir persönlich ganz wichtig, weil das Spektrum von einer LED wirklich nicht so toll ist für Reptilien. Ich kann das in dem Fall verkraften, indem ich das hier so kombiniere und auch vor dem Hintergrund, dass mein Tier den ganzen Tag schläft. Das heißt, die kriegt da nichts von mit, wenn das Spektrum nicht so toll ist, aber sie profitiert halt von dem UV, was hier abgesandt wird und das ist für ihre Gesundheit dann ganz toll. Zum Thema Gesundheit ist jetzt auch noch ganz wichtig, dass ich das Thema Legenot mal kurz anschneide. Also wenn ihr ein Weibchen habt, ist es so, dass dieses unabhängig davon, ob es mal Kontakt mit einem Männchen hatte, Eier ablegen wird. Und weil es das tut, brauchen wir auf jeden Fall einen Bodengrund. Also ich habe jetzt hier Erde drin, hat den Vorteil, dass ich natürlich auch direkt hier meine Pflanzen einbringen kann und auch kleine Asseln und Springschwänze, die dann mein Terrarium sauber halten. Aber auch primär den Hintergrund, dass wenn mein Tierchen Eier ausbildet, die sind zwar unbefruchtet, diese abgelegt werden müssen. Und wenn wir keinen Bodengrund drin haben, kann es dazu kommen, dass die Tiere Legenot bekommen und im Worst Case sterben sie daran. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ihr ein Weibchen habt, dass ihr mindestens so 15 cm locker an Bodengrund ins Terrarium einbringt. Das Geschlecht kann man relativ schnell schon erkennen. Also die Männchen haben zum einen Präanalporen und, naja, sie zeigen ihre Männlichkeit sehr, sehr deutlich. Also ab so ungefähr 20 Gramm sieht man das einfach, ob man ein Männchen oder ein Weibchen hat. Hohen Geckos an sich sind wie die meisten Reptilien Einzelgänger und man sollte auf gar keinen Fall mehrere Männchen miteinander vergesellschaften. Das endet meist tödlich und naja, dann hat man nicht sehr lange Freude an den Tieren. Eine Vergesellschaftung von Weibchen geht, muss man aber auch beobachten. Auch da gibt es Revierverhalten und im Worst Case kommt es dann halt auch zu kämpfen und dann verliert der eine oder der andere oder auch beide Geckos einen Schwanz. Das ist sowieso eine Sache, die bei den Kronengeckos sehr, sehr oft vorkommt. Kronengeckos können ihren Schwanz abwerfen, regenerieren ihn aber nicht. Also das ist auch ein Ding in der Natur, wird man kaum einen Kronengeckos finden, der überhaupt noch einen Schwanz hat, weil die wirklich sehr, sehr schnell dazu neigen, den abzuwerten. Das ist halt auch eine Sache, wenn man dann eine Vergesellschaftung hat, dann steigt das Risiko auch. Und generell sollte man in dem Zusammenhang aber auch selber mit den Tieren ja sorgsam umgehen, sie nicht stressen und auch nicht erschrecken, um dann halt möglichst das Risiko gering zu halten, dass die Tiere ihren Schwanz abwerfen. Wenn es doch passiert, ist es nicht weiter tragisch. Das regeneriert insofern, dass sie so ein kleines Frog Butt ausbilden im Englischen, so einen kleinen runden Stummelschwanz im Prinzip. Und die können halt nach wie vor super klettern, weil sie extrem starke Haftlamellen haben und auch Krallen. Am Schwanz selber ist aber tatsächlich auch am Ende des Schwanzes auch ein paar Haftlamellen. Also der hilft schon auch noch, wenn er dran ist. Aber ist jetzt nicht so, als wären sie nicht mehr lebensfähig, wenn er abfällt. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was zu dem Charakter der Tiere erzählen. Wie bei jedem Lebewesen ist es natürlich so, dass der Charakter von dem einzelnen Lebewesen selber abhängt. Ja, also es gibt Kronengeckos, die haben von sich aus schon keine Lust auf den Menschen. Die springen die ganze Zeit weg oder reißen sogar das Maul auf, weil sie sich bedroht fühlen. Und da ist es sehr, sehr schwer, Vertrauen aufzubauen. Das kann man versuchen, indem man wirklich den Tieren Freiraum gibt, denen das Essen immer schön bereitstellt und sie nicht stresst. Dann kann es passieren, dass die Tiere dann auch nachher etwas zutraulicher werden. Es gibt natürlich auch den Fall, dass man Tiere hat, die ein bisschen zutraulicher von Natur aus sind. Aber auch da sollte man schauen, dass man die Tiere nicht unnötigerweise irgendwie stresst, weil man sie ständig anfassen muss. Also bei mir ist es so, meine kleine Dame hat dann ungefähr nach einem Dreivierteljahr, also ich hatte sie schon als Baby bekommen, nach einem Dreivierteljahr dann angefangen hat, wirklich immer zu mir zu kommen, wenn ich dann abends gesprüht habe und das Essen bereitgestellt habe. Mittlerweile ist es so, dass sie komplett weiß, wer ich bin und dass ich der Futtergeber bin und es ist sogar so, dass ich sie handeln kann. Das ist sehr außergewöhnlich, weil sie tatsächlich dann auch relativ ruhig bei mir auf dem Arm sitzt, ein bisschen rumläuft, mich ableckt und wenn ich sie dann wieder ans Terrarium halte, geht sie gemütlich wieder rein. Das ist aber eine Sache, die kann man nicht von vornherein erwarten. Da muss man den Tieren Zeit geben und man muss halt auch damit rechnen, dass sie das vielleicht nicht machen wollen und dann muss man das auch akzeptieren. Ja, dann bin ich auch schon am Ende meines Videos angelangt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao!